Ich verstehe einfach nicht, warum ich in letzter Zeit so zugenommen habe, obwohl ich mich genauso ernähre wie immer. Weißt du, das könnte an stillen, also an chronischen Entzündungen liegen. Ernsthaft? Das klingt ja fast wie eine Entschuldigung für meine plötzliche Vorliebe für Kekse. Hey, blame it on the inflammation, right? Aber mal im Ernst, wenn unser Darm nicht richtig funktioniert, kann das zu einer Art Alarmstufe Rot für unser Immunsystem führen. Das kann dann Entzündungen oder sogar Darmerkrankungen auslösen. Das klingt irgendwie dramatisch. Absolut, es ist wie ein Actionfilm, der in unserem Bauch gedreht wird. Die Hauptdarsteller? Unsere Bakterien und eine undichte Darmwand. Okay, das ist definitiv ein Film, den ich sehen möchte. Aber mal im Ernst, diese Entzündungen könnten also tatsächlich zur Gewichtszunahme führen? Genau, eine gestörte Darmflora kann zu systematischen Entzündungen führen, die dann wiederum zu Übergewicht, Diabetes oder anderen Problemen führen können. Na dann auf zu einem neuen Abenteuer, die Reise zu einem gesunden Darm.